Herzlich Willkommen! Ihr seht Spätvorstellungen, das Kinomagazin. Wir sind hier heute in Köln bei der Premiere von Collide. Heute Abend werden hier der Hauptdarsteller Nicholas Holt und auch Regisseur Aaron Creeby erwartet. Und wir schauen mal, wen wir noch so vor die Kamera bekommen. Aber erstmal zeigen wir euch, worum es in dem Film geht. Der amerikanische Autolibb Casey ist in Köln untergetaucht und arbeitet dort für einen Drogendealer. Als er sich in die Barkeeperin Juliette verliebt, will er seine Gangsterkarriere aufgeben. Doch Juliette braucht dringend eine Nierentransplantation. Da die aber 250.000 Dollar kostet, steigt Casey wieder ins Geschäft ein. Sein Auftrag? Ein Überfall auf den heimischen Drogenboss. Doch der Raub läuft nicht so glatt wie gehofft. Ich hasse Schmerzen und ich hasse Folter. Aber das überlasse ich meinen Freunden hier. Wenn sie uns nicht die Informationen geben, die wir wollen, wird sie es bestimmt tun. Halleluja! Der Film, um den es heute geht, heißt ja Collide. Wann bist du denn das letzte Mal mit irgendjemandem oder irgendetwas so richtig zusammengeprallt? Ich hatte einen Autounfall, das ist aber schon ein Jahr her. Da ist mir einer praktisch vorne in die Karre gefahren. Das war relativ intensiv. Und das war ganz interessant auch mal zu sehen, wenn in so einem Audi alle Airbags mal rausfliegen. Und auch zwar an der Seite, vorne, hinten, oben. Ganz interessantes Erlebnis. Es geht ja auch darum, eben auf der Autobahn mal ordentlich zu rasen. Also jetzt mal so ganz ehrlich, wie ist denn dein Autofahrverhalten so? Leider auch so. Also auch sehr schnell? Ich habe zwar Mini, aber der fährt auch 225 und die gehen halt immer nach rechts, wenn ich komme. Also ich habe kein Problem. Lebt da gerne nochmal die alten, die Purple ein. Wenn ich in den Norden fahre, dann kommt es auch mal auf die Lichtverhältnisse an. Wenn der Himmel blau ist, die Sonne scheint. Ich mag das ganz gern flott zu fahren. Gebe ich zu. Flott gefahren wird im Collide natürlich auch. Und zwar auf den Autobahnen rund um Köln. Denn der Action-Thriller ist komplett in Nordrhein-Westfalen gedreht worden. Und wenn ein Film schon in und um Köln spielt und sich dann auch noch um schnelle Autos und Verfolgungsjagden dreht, bietet sich für die Premiere ein Ort natürlich ganz besonders an. Das Drive-In-Autokino am Stadtrand. Dort kam am Montagabend ein Großteil des Filmteams zusammen und präsentierte den Actionstreifen dem Publikum. Star des Abends war Hauptdarsteller Nicholas Holt. Der 26-Jährige ist dem Kinopublikum vor allem als Hank McCoy alias Beast aus der X-Men-Prequel-Trilogie bekannt. Der Wissenschaftler aus dem Mutantenfilm hat sogar ein paar Ähnlichkeiten mit seiner Figur Casey aus Collide. Wie würdest du deinen Charakter Casey beschreiben? Er ist jemand, der sehr determiniert und set in seinen Fällen ist. Aber er ist ein alt Romantik. Er schützt sehr tief und er denkt nicht immer über seine Pläne, bevor er sie verabschiedet hat. Und eine Frage in dem Film ist, wie weit du gehst für den, den du liebst? Wie weit du gehst für den, den du liebst? Ich weiß nicht, ob ich den größten Drugg-Kingpin in der Welt stehe. Aber ich würde ziemlich hart verabschieden. Ich würde ein paar stupide Dinge machen, ich bin sicher. Und war es etwas Besonderes über ein Film in Deutschland zu filmen? Oh, just the people, the environment, the crew, the city of Cologne was wonderful in helping us set up great stunts and do some brilliant action sequences. Wir haben alle unsere Gründe um verrückte, waghalsige Dinge im Leben zu tun. Aber wenn Liebe der Grund ist, dann ist es vielleicht nicht ganz so verrückt. Denn die Menschen glauben an die Liebe. Und jetzt gerade ist sie das Einzige, was mich am Leben hält. Inszeniert hat ein Film der Brite Aaron Creevey. Collide ist seine bislang dritte Regiearbeit. Was war die größte Herausforderung während dem Film? Die Autobahn-Sequenz, die große Autobahn-Sequenz. Wir mussten fünf Kilometer der Autobahn abziehen und es dauerte zwei Wochen, um diese eine Sequenz auf der Autobahn zu filmen. Und es war die komplette Situation, die ich in meinem Leben habe. Und es war ein Team von 300, und es war verrückt. Und Kai Niesen, die in dieser Funktion auch schon an Rush alles für den Sieg und Boy 7 beteiligt waren. Köln oder auch Nordrhein-Westfalen ist ja schon ein sehr ungewöhnlicher Drehort für einen internationalen Actionfilm. Wie kam es denn dazu? Wir sind in Köln und deswegen kam es dazu, würde ich mal sagen. Also das Buch und das Projekt sind uns angeboten worden, auf der Grundlage von Rush, weil wir da sehr gut zusammengearbeitet haben mit den Jungs aus Hollywood und aus England. Und dann riefen uns die Produzenten oder unsere Co-Produzenten von Autobahn oder Collide heißt der Film jetzt an. Und wir haben uns getroffen. Wir haben uns hier vorgestellt, was wir hier haben und können. Und dann haben die sofort gesagt, ja, alles klar, das machen wir zusammen. Die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen ist ja ein großer, starker Partner von uns. Ein Action-Concept hier auch vor Ort, die uns helfen bei der Produktionsdurchführung, die ganz toll sind, die weltweiten, sensationellen Ruf haben. Und wir haben hier in Nordrhein-Westfalen, Köln eine tolle Gemengelage, die wir nutzen können, um solche tollen Produktionen hierher zu holen. Und was ist so, würdet ihr sagen, das Interessantes und Reizvollste an Autoverfolgungsjagden im Kino? Also warum sind die Leute so heiß darauf? Ich denke mal, es ist halt die Emotion, die man im Endeffekt auf einem anderen Weg verkauft. Also es gibt natürlich viele Filme, die jetzt sich einzig und allein auf den Dialog konzentrieren, aber wirklich die Emotion halt mit so einer Autoverfolgungsjagd mal zu erzählen, ist halt eine ganz andere Herausforderung auch, die natürlich auch sehr aufwendig ist. Und ich glaube, das ist uns hier ganz gut gelungen. Also das ist auch das, worum es geht. Es geht nicht um den größten Sand, es geht nicht um das fliegende Auto, sondern es geht darum, warum macht es oder kommt es zu diesem Sand? Und das finde ich auch vor allen Dingen hier bei der Hauptverfolgungsjagd, ja, das ist glaube ich das, was ganz gut funktioniert hat. Und wie schwierig ist es, Action Kino Made in Germany so zu realisieren, dass es halt eben auch ein internationales Publikum anspricht? Gar nicht mal so schwierig, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, wir haben die Fähigkeiten hier mit unseren Partnern vor Ort und dann, wenn man da die richtigen, ja, das richtige Paket schnürt, dann kann man, glaube ich, auch dem internationalen Publikum etwas bieten, was sie ja in der Form nicht kennen. Also Monschau zum Beispiel, das beschauliche Dorf oder Köln, haben sie halt nicht in Hollywood oder in China, wo wir den Film auch rausbringen werden. Also da haben wir eine tolle Kombination von, ja, von Schauwert und Stars und Story und eine Liebesgeschichte und fliegenden Autos. Also da kommt jeder, glaube ich, auf seine Kosten. Sie beiden, wir waren zu spät. Sie ist tot, es tut mir leid, mein Freund. Reingefallen, reingefallen. Das war es hier von der Collide-Premiere in Köln. Wie ihr vielleicht so ein bisschen im Hintergrund hört, hat der Film hier im Autokino gerade schon angefangen. Und für Johanna war es ja heute eine Premiere im doppelten Sinne, denn sie hat hier zum allerersten Mal einen Schauspieler überhaupt interviewt und dann gleich Nicolas Holt. Ja, das war echt ein super Erlebnis und wir machen uns jetzt auf den Heimweg nach Hannover, hoffentlich ohne Collide. Ich liebe diesen Song.